So. Wie heißt das jetzt? Diverses. Nein. Oh mein Gott, Junge. Verbindung, ja Junge, Verbindung, Mobilität. Weißt du, was mir gerade auffällt, wie geil wir eigentlich sind? Hör mal aufzuschreiben, bitte. Mach einfach dann. So, guck mal, hier. Rechts Holz, links Stein. Hier rechts Ressourcen, links Pflanzen. Eine Kiste doppelt beschriftet. Einmal mit Steinen, einmal mit Ressourcen. Las uns. Wir sind so schlau, das gibt's nicht. Die Schilder hier in der Mitte können raus. Das, wir sind so dumm im Kopf, ne? Ja, dann hat sich das ja schon geklärt, was hier überall hinkommt. Ja. So, hier ist jetzt... Ach, wo ist denn jetzt Steine? Steine haben wir nicht. Dann ist das hier jetzt. Doch, Stein ist hier links. Holz und Ressourcen sind das hier jetzt. Holz. Fisch... 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 So. Und sowas wie Sand und Glas. Sand, Glas. Ich hab das ja schon gemacht. Hä, warum machst du wieder Shoulder in dem Mittel? Ja, muss ja. Nö, unnötig. Ach so, ach so. Ich weiß, wie du das meinst. Ach so, okay. Sorry. Das Geräusch ist so brutal, das gibt's nicht. Darf ich dich einmal schlagen mit der Hand? Nein. Nicht? Doch. Hör dir das Geräusch an. Ja, hab ich doch drauf geachtet. Voll Nase gebrochen. Du hast gegessen. Ja. Erstmal wieder erholt hier. Ja, und dann brauchen wir aber nochmal so eine Kistenwand, ne? Das reicht ja dann nicht. Ne, das ist hier nur unsere Basis. Wir müssen noch ein richtiges Lager machen. Denke ich gerade. Ne, eigentlich so viel brauchen wir gar nicht mehr. Soll ich hier nochmal zwei Kisten hinmachen? Ne, mach erstmal hier die Schilder fertig. Mal gucken, vielleicht kommt's. Die machst du jetzt? Ne, du hast die Schilder. Ja, okay. Fail. Was kommt, was sollte das jetzt sein? Ähm, Nahrung, Erde, Holzressourcen. Pflanzen? So. Ups. Ich hab gefailt. Äh, Pflanzen und Mob Drop. Ne, Mob Items da. Und was kommt hier oben hin? Äh, Glas schräg strich Sand. Und, und Diverses. Oder sonstiges. Ne, da muss ja sowas wie, wie Farbe. Wie Wolle, Wolle, Farbe. Ja, das nennen wir einfach Diverses. Ja. Ja, okay. Clay. So ein Kackerl. Oh, ich hab wieder gefailt. Ey, das gibt's hier gar nicht. Hm. Wo sagst du mein Diamantschalter? Wie nennen wir das jetzt? Diverses? Oder Mix? Der Rest. Der Rest. Der billige Rest. Diverses Sandglas. Warum? Mob. Mob Items. Zack, zack. Okay, wollen wir umsortieren, aber lass erst pennen. Damit die Kisten von draußen mal wegkönnen, die regen einen richtig auf, finde ich. Boah, wenn du rennst, ne? Dann, dann staubt das so hinter deinen Füßen. Dann ist da so, wie wenn du was kaputt machst und so. Hab ich nicht mehr gesehen. Hm. 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 Da. Hm. Hm. Ich dachte grad, du schießt ein Pfeil irgendwie. So, ich bring ein paar Ressourcen rüber. Ja, ich mach gleich mit. Pflanzen, da gehören auch Pilze zu, ne? Gehört zum Mob Drop auch, was die Tiere fallen lassen? Ja. Ja. Nö, das kommt doch zur Nahrung. So, Pflanzen. Da hab ich Pilze mitgenommen. Mop Items. Hm. Warte, ich helfe jetzt. Diverse? Ja, okay. Wolle, Farbe. So, wo sind die Ressourcen? Dort. Voll selbstgesprächige. No. Hm. Okay, und dann fangen wir gleich an, diese Scheune hier zu bauen, ne? Ja. Ja, was ist, was ist denn bitte ein Ink-Sack vom Tintenfisch, diese Kacke? Ja, genau. Das hast du gut erkannt, ne? Ja, ja, aber was soll das sein? Divers? Ach so, ja, auf jeden Fall, Mann. Das ist nur Müll. Brauch keinen Arsch. So. Pflanzen, Kollege. Hab ich nicht, doch nicht. Nahrung, ja, super. Seeds sind auch Pflanzen. Mhm. Und Getreide sind auch Pflanzen. Ja, oder, ne, ich würd sagen, Getreide lieber zur Nahrung. Ja, okay. Wo ist Nahrung? Da ist Nahrung. Das sind auch hier Ressourcen. Wo sind Pflanzen, Mann? Alles schon perfekt beschriftet. Da. Äh, Mob Drop. MobItems. Junge, ohne Scherz, ne, iss mal das Auge hier. Das ist in der MobItem-Kiste. Das sieht so lol aus. Oder soll ich das essen? Ich opfer mich, dann können das die Leute sehen. Ich kann's nicht essen, weil ich voll bin. Ja, gib her, ich ess es. Nein, es ist doch noch die Schnur, die das Auge zum Gehören hat. Ich tue es für dich. Jetzt guck auch hin, Junge. Okay. Achtung. Das sieht richtig lol aus, bestimmt, oder? Ja, hört sich auch lol an. Das war's schon. Cool, ich kann mich grad voll geil selber angucken. Wie kann ich das verändern? Mit F5. Geil, es kann sogar mehrmals die Perspektiven ändern. Ja, einmal von sich hinten. Einmal von sich vorne. Und dann... Nochmal. Guck mal. Was denn? Guck mal, ich bin voll der Böse. Sah grad aus wie irgendwie, keine Ahnung, wie so'n König. Haben wir irgendwo Stein? Nö, wir haben keinen Stein. Boah, sind wir hart. Kicken wir einfach mal die Steinkiste. Ja? Wie, was kicken wir? Wir haben keine Steinkiste. Lol. Tja, da kann ich nicht mehr tun, als sich lol angucken. Nö? Okay, ist jetzt egal, erstmal. Nö, Junge. Wir machen einfach noch ein paar Kisten. Draußen steht auch noch ein paar Kisten. Du brauchst keine machen. Ist noch Leder. It's too late. Hallo Stein. Okay. Junge, ich weiß, wo ich sie hinmache. Äh? Lass mal, nein, nein. Weg damit. Und da drüber kommen noch welche. Das ist richtig gut. Wo willst du die hinstellen? Ja, okay. Das ist perfekt. Was, hier kann ja nichts anderes hin, unsere Wäste. Du weißt, ich wollte die eigentlich oben hinmachen, aber oben ist so ein weiter Weg. Aber das wäre so lustig da. Machst du jetzt hier hin, Junge. Ist, stehen schon. Ja, hast du nicht noch zwei? Nö, das waren die zwei. Hä, ich hab auch noch zwei gemacht. Die hast du doch gerade abgebaut. Ja, die hab ich da wieder hingesetzt. Und draußen waren doch auch noch zwei. Ja, die hab ich aber nicht geholt, weil da noch was drin ist. Und draußen waren es. Okay. Warte, dann mach ich das jetzt. Wo kommt ein Clay rein? Diverses. Diverses ist so die Kiste, wo wir uns entleeren. Werkzeuge haben wir auch nicht mehr, ne? Ja, wo wir uns entleeren. Ja, das reicht sogar. Machen wir das auch noch so an der anderen hier so? Nein, nö, nö, nö. Nur an der einen oder gar kein Holz? Nur an der einen, finde ich. Ja, weil sonst hat das Fenster hier auch keinen Sinn. Und so sie geht sogar. Ne, ich finde, so sieht es irgendwie dumm aus. Ja, dann mach weg. Loll, mein Werkzeug ist kaputt gegangen. Nein. Mob-Items sind auch die von den Tieren, ne? Also so Leder, oder? Ja, sowieso. So, ich fang mit der Scheune schon mal an. Du hast ja Rose Red. So ein Grundriss, ne? Ja, ich mach die Kisten hier nochmal richtig vernünftig leer und so. Ne? Ne? Ich sortier das jetzt hier alles um. So groß soll es aber nicht werden, ne? Nicht so. Naja, da sollen schon eine ganze Menge Tiere reinpassen, nur. Mhm. Ne? Mann. Habe ich einfach keine Axt mehr. Ist doch gar kein... Junge, das Holz kommt hier jetzt doch hin. Weil sonst das mit den Schildern lol ist. Nein, die Scheiben gehen kaputt, wenn man sie kaputt holt. Nein! Weil ich bin grad durchs... Ich bin durchs Fenster reingegangen und das ist jetzt kaputt. Ja. So, wir wollten Steine und was noch? Äh, Werkzeuge. Jetzt noch ne Kiste. Was? Mach Werkzeuge schrägstrich irgendwas. Weil so viele Werkzeuge wäre... Werkzeuge schrägstrich Eimer. Weißt du, was wir noch brauchen? Mhm. Hier noch ne Tür. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Du kannst hier noch mal ne Eisentür machen. Ja, nö, hab ich jetzt gerade keinen Bock zu. Ich baue jetzt hier. Ne? Verstehst du jetzt nicht. So. Nö. Jetzt ist es doch wirklich schön hier. In unserer Umgebung. Mhm. Wo kommt Gravel und so'n Scheiß hin? Mach das zu Steine. Ja. Ist ja Kies. Stimmt. Das war nur ein Test. Wow. Oh, wie ich die Axt verschwindete. So. Gravel machen wir hier so'n Gravel-Weg in die Mitte von unserer Scheune. Nö? Nö. Painting. Junge, bei Diverses fährt mir gerade auch oft, wird richtig viel reinkommen. Ja. Junge, lass mal Mob, ähm, hier so von Kühen und so. Dies Leder und Federn und so. Packen wir jetzt auch zu Mob-Items. Mhm. Weil das, äh, ist sonst hier nicht die Wahrheit. No. Nee. Das ist nicht der, nein, das ist nicht der Wahrheit. Nee. Wir sind schon zwei, ne? Mhm. Wo sind jetzt diese scheiß Pflanzen? Ohne Scherz, ne? Nee. Regt jetzt gerade auf. Wir haben keine... Doch. Doch, haben wir. Was eigentlich, wenn jemand so Brandstiftungen macht bei unserem Tierstall? Der Töte. Mhm. Ganz hart. Das tut mir leid dann für den, aber das ist, äh, Todesstrafe. Wo kommen jetzt Schienen nochmal hin? Diverses. Aha. Ist alles divers. No? Und Fackeln auch. Nö? Nö, Fackeln kommt zu Werkzeugern und Zubehör. Oh, riegt's auf. No? Also wir wollten für vier Tiere. Wie viel habe ich still mit? Vier Tiere. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vier, Letzt kaputtam sind. 15, 16, 17, 18, neun, acht, zwanzig. Eins, zwei und zwanzig. Hat keine Mittel. Drei und zwanzig. Hat keine Mittel.